Musik Ich führe nun ganz eng vorwärts und rückwärts aus, indem ich meinen rechten Arm tief zwischen meine Beine schiebe, mich ganz klein mache und über die Schulter nach vorne rolle. Und hier aus starte ich direkt und gebender in die rückwärtsrolle. Ich lande auf beiden Knien und kann nun wieder die Vorwärtsrolle durchführen. Musik 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 Musik